Auf Einladung des Hoyers Wetter Kulturvereins war am Donnerstag eine Delegation aus Brigitte Reimanns Geburtsort Burg zu Gast. Unter Leitung von Bürgermeister Jörg Rehbaum reiste man in einem ausgemusterten Feuerwehrauto an. Am Abend wird im Schloss unter dem Titel Schön wär's gewesen ein Briefwechsel der Schriftstellerin mit Siegfried Pitschmann, ihrem damaligen Ehemann, vorgestellt.